Hallo ihr lieben Krebse, hier ist Julia von Weil du schön bist. Für all diejenigen, die den Krebs im Sonnzeichen, im Mond oder im Akzendenten haben, ich lege jetzt einmal für dich das Lennormand für das kommende halbe Jahr, sprich für Juli, August, Dezember, Oktober, November, Dezember 2021 und gehe als erstes mit dem Lennormand rein, schaue mir da die Hauptthemen Beruf, Arbeit, Finanzen, Liebe, quasi dein ganzes Leben an. Und dann geht es nochmal in die Erweiterung, wo wir im Detail in die einzelnen Monate gehen. Und zwar, was ist das Thema des jeweiligen Monats? Was ist die Blockade? Was ist der Tipp an dich? Und wohin führt es? Und dann schauen wir quasi in der Erweiterung, die das auch eben hier im Zusammenhang steht mit der Legung, die wir jetzt aus dem Lennormand kriegen. So, warum mache ich das Ganze? Weil ich mit offenem Mund seit sechs Monaten dastehe und mir meine Erweiterung anschaue, und die Legung anschaue vom Anfang des Jahres, die ich gemacht habe. Da gab es nämlich einmal die Jahreslegungen und einige Sachen sind bereits eingetroffen. Deswegen dachte ich, ist es nochmal ganz schön, Updates zu machen, weil ich mega geflasht bin die ganze Zeit, wie die Kartenlegungen, die Jahreslegungen akkurat sind. Und deswegen möchte ich jetzt schauen, okay, kriegen wir jetzt zur zweiten Hälfte des Jahres nochmal ein paar neue Informationen? Kriegen wir zusätzliche Informationen? Und wie entwickelt sich das Ganze jetzt eben weiter? So, jetzt konzentriere ich mich nochmal kurz. Krebs, 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 zweite Jahreshälfte. Okay, dann geht das los. Da sehen wir schon direkt, es kommt ein Neustart rein. Die Dame ist hier ebenfalls. Die Dame, das bist immer du. Egal, ob du Mann oder Frau bist. Ich lege als erstes einmal die Karten aus. Und da haben wir jetzt vier, fünf, sechs, sieben und acht. So, lass mich mal schauen. Sehr wahrscheinlich werde ich die Kamera gleich nochmal ein bisschen ausrichten. Damit das Kartenblatt für euch ein bisschen gerader in der Kamera ist. So, der Mond, der Hund, die Fische, Sense und Park, der Ring und das Haus. Und der Brief, der Bär, die Lilien, Berg und Buch, Schlange, Mann, Klee. Der Mann ist auch wieder geschlechterunabhängig. Entweder ein Partner, ein Ex-Partner, ein zukünftiger Partner, also sprich ein Wunschpartner. Kann aber auch, wenn nichts dergleichen in deinem Leben ist, ein Freund oder eine Freundin sein. Der Anker, die Wege, die Mäuse und der, oder die Sterne. Ja, wobei, das geht eigentlich, oder? Haha, das erste Mal, dass ich nicht direkt weiter die Kamera umstelle, weil ich das Gefühl habe, das ist eigentlich ganz cool so. Ja, dann gehen wir mal rein. Du bist hier in der Position des Klee's. Hier ist neue Leichtigkeit. Ich habe das Gefühl, irgendwas ist hier auf dem Weg oder du bist auf dem Weg der Besserung. Irgendwas wird leichter, wird einfacher wieder für dich. Wir sehen hier direkt einen Neuanfang oder ein Kind, auf das du fokussiert bist. Das rauscht jetzt quasi rein, Kind oder Neuanfang oder irgendeine Bewegung mit einem Kind. Und wir sehen hier, ja, was sehen wir denn hier? Hier ist das Thema Rückzug, beziehungsweise, lass mich mal von vorne anfangen. Das können hier ganz offizielle Themen sein. Gerichtliche Sachen, Ämter, Behörden, irgendwie sowas in der Richtung. Was hier in Bezug auf einen Neuanfang oder ein Kind stattfindet. Es kann aber das Thema Rückzug und Trennung sein, was hier auch in deinem Umkreis liegt. Oder das Thema Abgrenzen und Grenzen ziehen. Ich würde mal sagen, wir schauen mal ein bisschen tiefer rein. Was haben wir hier noch? Hier sind Konflikte, Konflikte in der Liebe oder was deine persönliche Freude angeht, weil hier Sachen im Unklaren sind. Was ist hier im Unklaren? Also zum einen, was ich das Gefühl habe, ist, dass es hier plötzliche, überraschende Veränderungen gibt. Vielleicht gibt es hier einen Konflikt mit der Anerkennung und Wertschätzung im Bereich der Liebe oder auch im Bereich der Freunde. Die Liebe, ich mag das gerne auch erweitern, das Herz, alles, was dir am Herzen liegt. Also dementsprechend könnte das auch irgendjemand im Freundeskreis sein. Für die Freunde hat man ja auch eine Liebe. Aber Unklarheiten, unklare Konflikte hier. Das Ganze hat zu tun mit einer Veränderung. Irgendwas verändert sich grundsätzlich, aber eigentlich zum Positiven. Es kann sich hier was ändern im Gefühlsleben. Irgendwas, was mit deinen Sehnsüchten, Wünschen, Hoffnungen zu tun hat oder eine Neuausrichtung derer. Es kann hier um eine Reise gehen, eine emotionale Reise, eine intuitive Reise oder eine innere Reise. Vielleicht bist du selber gerade auf der Sinnsuche quasi in dir selber. Das könnte hier ebenfalls ein Thema sein. Wir sehen dich hier gespiegelt auf die Lilien. Die Lilien können wiederum familiäre Themen sein, die jetzt hier eine Rolle spielen bei dir. Aber auch das Thema innerer Frieden und Harmonie, sehen wir hier, geht voran. Hier kommen positive Nachrichten rein. Positive Nachrichten, glückliche Nachrichten, was zu tun haben kann mit der Familie oder grundsätzlich, dass irgendwas reift, irgendwas wächst, irgendwas reift. Oder, anderes Thema mit den Lilien, eben das Thema innerer Frieden. Hier sind Aktionen, Unternehmungen, die sich sehr gut anfühlen, die der inneren Frieden bringen. Lass mich mal schauen, was wir hier weiter haben. Im erweiterten Umfeld sehen wir dann wieder sehr, sehr spannend, sehr viel Wasserelement hier. Wir sehen den Mond, wir sehen die Fische. Der Mond regiert die Fische. Vielleicht gibt es hier irgendeine Verbindung zu einem Fisch, also Sternzeichen Fisch. Ne, Moment mal ganz kurz. Haha, der Mond regiert dich selbst. Tada! Der Mond regiert dich selbst, die Fische werden regiert vom Neptun. Das ist ganz spannend, weil wir haben hier so eine leicht diffuse Energie liegen. Ich habe das Gefühl, hier ist irgendeine Situation, die den leichten Konflikt bereitet, wo du irgendwie etwas wahrnimmst, etwas spürst, was zu tun haben kann mit Anerkennung und Wertschätzung. Auch hier wieder das gleiche Thema. Es kann hier aber auch sein, dass überraschend auf der Arbeit oder ja, dass hier Anerkennung kommt im Arbeitsbereich und hier überraschend nochmal Geld reinkommt. Das haben wir hier ebenfalls als mögliche Option liegen. Dann würde ich sagen, schauen wir einmal in deinem Haus. Da ist die Schlange. Das heißt, es kann sein, dass bei dir gerade das Thema Transformation, Heilung etwas ist, was stattfindet, auf die eine oder andere Art und Weise. Die Schlange kann auch eine andere Frau sein. Eine Mutter, eine Schwester, eine Tochter, eine Freundin. So was in der Richtung. Also es kann sein, dass da jemand im Moment sehr auf dich fokussiert ist oder bei dir sogar wortwörtlich im Haus ist. Aber es kann auch sein, dass wir hier bei dir so ein paar Umwege haben, so ein paar Komplikationen, Verspätungen, Umwege, über die diese Bewegung, die hier ja sehr schön angezeigt wird, irgendeine Aktion, irgendwas, was vorangeht, was dich ins Glück bringt. Und das kann sein, dass das über Umwege kommt, dass das nicht geradlinig ist quasi oder dass hier eine Nachricht reinkommt von einer Frau, die hier zu tun hat mit diesen Themen. Das könnte ebenfalls sein. So, lass mich mal weiterschauen. Ich würde sagen, wir gehen direkt zum Herzen, denn das ist das nächste Hauptthema, was direkt an dir dran liegt. Es kann, das ist ja das, was ich hier schon gesagt habe, Konflikte in der Liebe, weil hier was im Unklaren ist. Wir sehen aber auch einen Neuanfang in der Liebe oder dass das Thema Kind hier wieder was auch mit einem Liebesleben zu tun hat. Und ja, den Turm, den finde ich tatsächlich gerade ein bisschen schwierig zu deuten, ehrlich gesagt, weil das kann sein, dass sich hier jemand zurückzieht. Vielleicht hast du einen Konflikt mit einem Kind, da gibt es Unklarheiten bezüglich eines Rückzuges. Vielleicht kommst du nicht so richtig an das Kind ran oder es geht hier um ganz offizielle Behördenthemen, wo etwas im Unklaren liegt, was dir so ein bisschen ans Herz geht oder ans Herz, an die Nieren, an die Nerven auch gegebenenfalls. Die Konflikte sind hier auch in der Psyche, im Unterbewusstsein. Es kann um Unterstützung gehen, um finanzielle Unterstützung hier gehen, was irgendwie in deinem Liebesleben oder alles, was dir nah ans Herz geht, ebenfalls eine Rolle spielt. Irgendwie hat die Öffentlichkeit hier ebenfalls was damit zu tun, denn das Herz ist im Hause der Sense, die Sense im Hause des Parkes und der Park ist dann im Hause des Berges. Das kann sein, dass wir hier Blockaden haben, dass irgendwas gekürzt wird, irgendwas, was mit dem sozialen Umfeld zu tun hat, mit der Öffentlichkeit zu tun hat. Da gibt es aber Blockaden und Herausforderungen. Gegebenenfalls ist eine Kommunikation oder ein Vertrag blockiert. Und da haben wir die Kommunikation in der Liebe. Das Kommunikation ist im Hause der Liebe. Auch hier sehen wir, da sind quasi Verknüpfungen. Lass mich mal weiterschauen. Also, die Blockaden hier, blockierte oder herausfordernde Kommunikation oder ein schwieriger Vertrag, der hier gegebenenfalls liegt. Gespiegelt ist die ganze Sache hier allerdings auf Unterstützung oder Freundschaft, Loyalität, Vertrauen in der Liebe. Wir sehen hier ebenfalls, dass das Glück hier reinkommt, wirklich langfristiges Glück und Erfolg kommt in familiäre Angelegenheiten oder bringt hier wieder Stabilität rein. Auch die Route kann dafür stehen, etwas zu klären, etwas zu bereinigen. Was wird geklärt und bereinigt? Die Karten, die ich hier im geröselten Zustand habe, sind tatsächlich sehr, sehr schön. Denn wir sehen hier sehr viel Unterstützung und Loyalität, Freundschaft, Vertrauen in deinem Leben, in Beziehungen. Wir sehen hier das langfristige Glücklichsein. Es kann sein, dass hier jemand in deinem Leben ist, der einen sehr großen Einfluss auf dein Glück hat oder auf deinen Erfolg hat. Das könnte beruflicher Natur sein, aber auch privater Natur. Gleichzeitig sehe ich hier, dass sich das Glück stabilisiert. Also das Haus steht für alles, was stabil ist, aber natürlich auch für die Familie, für Routinen, für die Dinge, die dir nahe sind. Das kann auch wirklich hier um ein Haus gehen oder deinen Wohnort gehen, dein Privatleben. Und von daher sind diese Karten tatsächlich sehr schön miteinander, wo wir sehen, okay, in der Liebe liegt hier das Vertrauen, die Stabilität, familiäres Glück, so weit, so gut. Gut, aber wie gesagt, aufgrund dessen, dass sich hier irgendwas zu verändern scheint, was mit einem Neuanfang zu tun haben kann, sehen wir hier so ein bisschen, es kann sein, dass du dich alleingelassen fühlst zum Beispiel, auch mit dem Turm. Das könnte was anderes sein. Und dann macht natürlich auch Sinn, dass wir hier einen Konflikt haben mit Anerkennung, Wertschätzung. Vielleicht hast du das Gefühl, du bist alleine gelassen und du bekommst nicht die Anerkennung und Wertschätzung, die du dir erhofft oder erwünscht hast. Lass mich mal weiterschauen. Was ist denn das nächste Thema? Da ist der Anker. Ich würde sagen, wir gehen in die Fische weiter, weil das dann wieder, ich arbeite mich quasi vor von den Karten, die dann am nächsten dran sind. Also was hier ganz offensichtlich ist, ist, dass hier ein Neuanfang ist oder irgendwas mit einem Kind. Was dann das nächste Thema ist, was jetzt sehr dominant sein wird, ist eben hier das In deinem Liebesleben, was wir hier sehen und dann das nächste, weil es dann wieder am dichtesten in Anführungsstrichen dran ist, abgesehen vom Herz, sind die Fische. Die Fische sind hier im Hause des Turmes. Also auch hier kann es darum gehen, dass finanzielle Unterstützung von offizieller Seite gegebenenfalls gekürzt wird. Die Fische in der Regel für Finanzen. Wir sehen im Hause der Fische auch das Thema Entscheidungen, die getroffen werden bezüglich Partnerschaften und Verträge. Auch sehr spannend, weil da haben wir schon die Herausforderung oder Blockade, was Verträge auch angehen kann. Ich habe das Gefühl, dass irgendein Support finanzieller Natur oder emotionaler Natur, könnte es mit den Fischen auch sein, hier gekürzt wird. Und dass dadurch Harmonie blockiert ist. Bezüglich gibt es irgendwelche Informationen, irgendwelche Fakten. Das Buch sind Informationen, Fakten. Das kann zu tun haben mit der anderen Person hier, weil das Buch im Hause der anderen Person ist. Irgendein Wissen spielt hier eine Rolle und irgendwas ist hier blockiert bezüglich dieses Wissens. Vielleicht gibt es da Informationen, die noch nicht bei dir sind oder du hast noch nicht das Wissen, was du brauchst, um diese Situation für dich gut zu lösen. Und auch hier oben sehen wir dann wieder Unklarheiten im Bereich der Liebe, der Freude und hier Anerkennung, Wertschätzung, die eben auch eine Rolle spielt. Alleine diese Kombination würde mir jetzt sagen, das Ding ist, wir haben hier schöne Karten und wir haben nicht so schöne Karten. Ich würde sagen 50-50 hier, was die Finanzen angeht. Wir haben hier, die Liebe ist eine sehr unterstützende Karte, aber hier sind auch Unklarheiten im Bereich der Finanzen. Es kann sein, dass hier überraschend Anerkennung und Wertschätzung oder ein Geldgeschenk reinkommt. Auch hier, Unterstützung haben wir hier, aber irgendwas wird hier gekürzt. Im allerbesten Fall steht die Sense für etwas, was plötzlich kommt. Zack und Bums und dann hat man hier nämlich plötzlich überraschend das Geldgeschenk, die Geldunterstützung hier. Das kann tatsächlich auch eine mögliche Deutungsmöglichkeit sein. Die Lilien auch etwas, was wächst, was reift, wo Harmonie herrscht, aber hier ist Harmonie gerade blockiert, was die Finanzen angeht, weil bezüglich irgendeiner Kommunikation oder einem Vertrag und irgendwelchen Wissen, ich möchte fast sagen, da ist irgendwie das Kleingedruckte, da gibt es ein paar Dinge, die noch nicht so ganz richtig sind. Oder wo du das Gefühl hast, so ah, das ist irgendwie noch nicht so ganz richtig. Gespiegelt, und jetzt wird es spannend, weil dadurch kommen wir direkt zum Ring, gespiegelt ist das Ganze hier. Finanzielle Angelegenheiten sind im Unklaren, die Unklarheiten enden aber, und es kann sein, dass hier auch da wieder das Thema Vertrag, irgendein Vertrag endet oder eine Partnerschaft endet, die mit finanziellen Angelegenheiten auf die ein oder andere Art und Weise zu tun hat. Vielleicht, weil dieser Vertrag, der sich ja durchaus auch als Brief zeigt, also Brief und Ring kann beides ein Vertrag sein, ein Versprechen, ein Dokument, habe ich das Gefühl, dass diese Blockade aufgelöst wird, aufgrund dessen, dass hier ein Vertrag sich verändert, etwas losgelassen wird. Wir haben auch hier das Thema Loslassen zweimal in Kombination mit den Fischen. Und das würde wiederum Sinn machen, mit dass hier Entscheidungen getroffen werden. Ich möchte noch nicht auf den Ring zukommen, möchte aber zu dem Anker, weil der Anker steht nämlich für den Beruf. Und mit dem Anker hier sehen wir, dass mit Sicherheit Lösungen gefunden werden, was berufliche Angelegenheiten angeht. Wir sehen aber auch, dass hier in beruflichen Entscheidungen getroffen werden. Auch hier wieder, da nagt etwas an dir im beruflichen, Entscheidungen etwas loszulassen. Das jedoch, habe ich dann wiederum hier das Gefühl, führt in die Klarheit und führt langfristig gesehen zu einem Erfolg. Also die Lösung scheint hier darin zu liegen, ob finanziell oder beruflich, ich habe das Gefühl, das gehört zusammen, etwas loszulassen. Etwas muss gekürzt verändert werden. Ja, und die Karte, die wir, oder beziehungsweise die unterste Reihe, die wir hier schon gedeutet haben für die Finanzen, die können wir hier natürlich auch deuten. Nämlich, im Bereich der Arbeit sehen wir entweder eine Blockade mit einem Chef, das könnte hier was sein, wenn ich jetzt ein gezielter deute auf den Anker, dann haben wir hier eventuell einen Chef liegen, dann haben wir hier die Blockade oder Herausforderungen bezüglich Informationen, Wissen, Fakten, bezüglich etwas, was du lernst oder einem Kurs, den du entweder selber hältst oder wo du dabei bist. Gespiegelt hier kann ich den Anker spiegeln auf Erfolg und auf Klarheit. Also auch da verändert sich etwas grundsätzlich zum Positiven, sodass diese Hindernisse überwunden werden. Das hat, aber da müssen Entscheidungen getroffen werden und sehr wahrscheinlich auch, um etwas loszulassen hier. So, einmal vom Anker würde ich sagen, geht es jetzt mal zu den nächsten beiden Karten. Wir schauen uns noch den Ring an und wir schauen uns den Herren an. Ich möchte mir erstmal den Ring anschauen. Partnerschaften und Verträge liegen hier im Hause der Entscheidung. Auch wieder spannend. Und so rum gesehen habe ich jetzt das Gefühl, dass finanzielle Entscheidungen oder, was haben wir denn da? Was machen wir? Lass mich mal ganz kurz schauen. Wir haben hier eine einflussreiche, starke Partnerschaft liegen, weil hier das Haus des Ringes ist oder einflussreiche, starke Verträge. In diesen werden jedoch Entscheidungen getroffen. Diese Entscheidungen können finanzieller Natur sein oder dazu führen, dass wieder was zum Fließen kommt. Wenn ich entweder oder sage, dann kann es aber auch bedeuten, dass beides stattfindet, die finanzieller Natur sind und dadurch kommt etwas zum Fließen. Wir sehen auch tatsächlich, wenn wir uns das mal anschauen, der Bär im Hause der Partnerschaft. Da sehen wir, wenn ich das mal so rumgehe, eine Partnerschaft mit Einfluss, die hier sehr erfolgreich und glücksbringend ist. Aber auch hier sehen wir, dass sich etwas verändert. Es sieht so aus, als ob hier etwas angekündigt wird, dass es hier vielleicht öffentliche Schwierigkeiten gab, Umwege gab, Verzögerungen gab, was auch hier ein gewisses Wachstum anbetrifft. Wachstum an sich in dieser Legung. Hier gibt es neues Wachstum in einer Angelegenheit, jetzt fürs kommende halbe Jahr und ganz besonders auch, was Beziehungen und Verträge angeht. Aber wir sehen den Baum hier als Wachstum auf Stabilität, was hier im Stillstand ist und das verursacht hier natürlich Nervosität und Stress mit den Vögeln im Hause des Sarges. Ich habe aber auch das Gefühl, dass hier etwas losgelassen wird, was sich nicht mehr richtig angefühlt hat. Denn der Fuchs kann eben dafür stehen, dass man so das Gefühl hat, irgendwas ist hier nicht so ganz richtig. Also so deute ich den Fuchs zumindest sehr gerne. Wir haben aber auch die Möglichkeit mit dem Haus des Fuchses, hey, in welcher Angelegenheit musst du jetzt klug sein, clever sein, schlau. Der Fuchs steht für Schleue. Es kann sein, dass es hier bei einem Ende wichtig ist, schlau zu sein. Also auch hier nochmal zusammengefasst. Wenn hier irgendwas endet oder sich transformiert, kommen wir hier wieder ins Glück. Und dieses Glück in der Partnerschaft ist sehr, sehr stark, weil es im Hause ist, der ist Bären. Starkes Glück, ein starker Selbstwert, Erfolg, das sind alles Themen hier. Es fühlt sich so an, als ob hier im Privatleben irgendwas angekündigt wird mit dem Haus hier. Wir haben ja also die Möglichkeit tatsächlich, dass du mit dieser Person hier zusammenwohnst. Wir sehen auch hier, da kommt Glück rein, glückliche Zufälle, Leichtigkeit. In der Zukunftslinie tatsächlich sehr, sehr viele schöne, positive Dinge. In der Vergangenheit so ein paar gegebenenfalls Komplikationen und Umwege, was die Öffentlichkeit angeht, die hier irgendwie blockiert war. Dementsprechend habe ich das Gefühl, ein Wachstum war hier blockiert. Jetzt wird darüber nachgedacht, auch diese Person denkt darüber nach, irgendwas zu beenden, damit sich hier, guck mal, und das ist eine schöne Energie. Weil wir hier nicht nur das Ende haben und auch mit dem Sarg, sage ich, das ist eine Transformation. Wir sehen hier wirklich auch die Transformation, die positive Veränderung liegen und es scheint so zu sein, dass hier wirklich auch die andere Person, mit der du es zu tun hast, darüber nachdenkt, dass das Beste ist, ein Versprechen, einen Vertrag oder eine Partnerschaft, Beziehung zu beenden, damit hier eine positive Veränderung reinkommt. Und das hier, habe ich auch das Gefühl, könnte das sein, was wir hier sehen. Vielleicht ist das dein Partner, weil am Ring dran und mit dem Haus hier und ihr habt eben im Liebesleben, in der Beziehung, gibt es ein paar Probleme, die nicht unmittelbar was mit euch beiden zu tun haben müssen, aber die grundsätzlich einen, euch beeinflussen, einen Effekt haben auf eure Beziehung, auf eure Liebe. Und dann sehen wir das, was auch immer sich hier dann verändert, transformiert, dazu führt, dass wir das schnelle, kurze, kleine Glück haben, das große, lange Glück und den Erfolg und dann hier etwas, was mit der Familie zu tun hat, mit Stabilität, wo es vielleicht auch so ein bisschen an Stabilität und Sicherheit genagt hat. Oder auch mit deinem Haus, mit deiner Wohnung, ganz unmittelbar. Den Ring jetzt nochmal gespiegelt. Da sehen wir das Gleiche im Prinzip. Das kann hier eine sehr tiefe Beziehung sein. Oder eben die finanziellen Aspekte, die ich hier gerade schon vorhin genannt habe, als ich auf die Fische eingegangen bin, sehe ich den Ring jetzt mal nur als eine Beziehung an. Im Privatleben, dann habe ich hier das Gefühl, irgendwas steckt hier fest, irgendwas steht still und beziehungsweise damit wieder was in den Fluss kommt, müssen die Unklarheiten, irgendwas muss beendet werden, was Energie und Kraft gezogen hat. Und ich habe das Gefühl, dass hier emotionale Unklarheiten enden, was auch immer für Verwirrung gesorgt hat, wo du nicht ganz klar sehen oder fühlen konntest, wo du vielleicht nicht mehr in Verbindung warst mit deiner Intuition. Ich habe das Gefühl, dass was auch immer das ist, das fällt weg, irgendwas fällt hier weg, sodass auch in einer Beziehung wieder das Fließen reinkommt. Und dann schauen wir uns nochmal die Person hier an. Ganz spannend, die liegt im Hause der Lilien, könnte ein reifer Mann sein, könnte eine Vaterfigur sein. Das Thema Familie und Harmonie und Frieden spielt hier ebenfalls eine Rolle. Und dann auch hier ganz klassisch, alles, was ich jetzt gerade hier schon genannt habe, eigentlich diese ganzen Karten spielen auch für die Person eine Rolle. Und auch diese beiden Karten, die ich hier unten schon mal genannt habe. Also, was haben wir da? Hier nagt etwas an dieser Person. Vielleicht ist hier ein Verlust, ein Verlust, welcher aber dann letzten Endes zum Erfolg führt oder in die Klarheit führt. Wir sehen hier Komplikationen und Umwege führen letzten Endes aber hier in den Klee rein mit der Person. Da wird also wieder was besser. Etwas wird leichter. Hier kann die Öffentlichkeit eine Rolle spielen in dieser Partnerschaft und Beziehung. Entscheidungen werden getroffen, sodass wir hier neue Stabilität reinbekommen. Vielleicht liegt hier auch ein Vertrag für ein Haus. Das könnte hier ebenfalls was sein, wo über die Öffentlichkeit ein Vertrag für ein Haus, eine Wohnung reinkommt. Und das eben auch als Möglichkeit. Gespiegelt ist diese Person auf die positive Veränderung. Wir sehen hier den Berg mit den Blockaden. Also, diese Person, es fühlt sich fast so an, als ob diese Person schon länger in deinem Leben ist und ihr euch durch Sachen durcharbeitet. Blockaden mit Ämtern, offiziellen Behörden, positive Veränderung kommt hier rein. Vielleicht haben wir hier auch eine Situation, wo sich jemand mal ein bisschen zurückzieht. Und dann haben wir hier aber auch wieder eine positive Veränderung, die reinkommt. Im erweiterten Umfeld, da sehen wir hier diese Karten, also die Entscheidung. Und ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich hier. Nicht nur das Gefühl, ich wiederhole mich hier. Aber wenn ich in unterschiedliche Varianten des Deutens reingehe, kommen die Botschaften wieder. Wir haben über das Rösseln die Wege, Optionen, Möglichkeiten tun sich auf. Vielleicht recht plötzlich, aber ich habe auch das Gefühl, hier wird eine Entscheidung getroffen, irgendwas zu kürzen. So, das heißt, wir haben hier, der Baum muss manchmal gestutzt werden, damit die Blätter wieder sprießen können. Das ist die Energie, die ich hier bekomme. Und dann sehen wir hier ganz viel Glück und Erfolg. Wir sehen positive Kommunikation, positive Nachrichten, die hier reinkommen und erfolgreiche Verträge. So, ich glaube, ich habe jetzt hier alles gesagt. Mit den einzelnen Karten, auf die ich eingehen wollte. Dann würde ich tatsächlich sagen, gehen wir jetzt in die Erweiterung rein. Das heißt, ich schaue mir jetzt auf Vimeo. Der Link ist der erste unter diesem Video. Jeden einzelnen Monat an. Wir gehen rein in das Thema des Monats. Wir gehen rein in die Blockade. Wir gehen rein in den Tipp und wohin es führt. Das Ganze mache ich dann hier mit dem Tarot. Dann sage ich danke fürs Zuschauen, fürs Liken, Kommentieren, Kanal abonnieren. Und bis gleich zum nächsten Video hier auf YouTube oder auf Vimeo. Tschüss. 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 Tschüss.